Hallo oder so liebe Leute und willkommen heute hier zurück zu einer weiteren Folge von Monster Evolution. Wow, Leute, wir sind back in, aua, ich hab mir gerade ein bisschen weh getan. Wir sind back hier in Monster Evolution, der erste Teil kam ja super gut bei euch an, deswegen dachte ich mir, wir machen noch einen zweiten Part. Und, falls ihr euch fragt, was ich hier gerade in der Hand habe, kann ich euch ganz kurz erklären. Aua, das war jetzt nicht so gut der Anfang, aber es ist okay, dafür wird der Rest des Videos mega nice. Freunde, ich habe nämlich eben mit Internet etwas ganz krasses gemacht, auch wenn ihr es nicht glauben mögt, ich habe mir nämlich dieses Bananenschwert hier freigeschaltet. Und warum zeigt er uns seinen Hintern? Hallo, wir sind hier drüben, ähm, okay. Ja, ich hab jetzt dieses Bananenschwert freigeschaltet und irgendwie kriegt man damit mega die super Kräfte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, Freunde, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal ein bisschen hier weiterspielen, denn wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Ziel, nämlich wollen wir, oh nein, das war so wack, was ich gerade gemacht habe. Also, Aykaramba, oh, da ist eine lilane Blume. Boom! Let's go! Und da haben wir den fast Vierer-Multiplikator erreicht. Nice, so sieht's aus. Boom, nicht mit uns, nicht mit der Oder-So-Crew, Leute, ihr wisst Bescheid. Also, wir können hier auf jeden Fall heute noch ein paar Monstres freischalten, können hier noch ein bisschen schauen, dass wir hier ein bisschen Food freischalten. Aber, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal uns noch ein bisschen hier mit dem kleinen grünen Monsterchen begnügen, bevor wir nämlich rübergehen in das neue Monster, was wir hier nämlich freischalten werden. Oh, vorsichtig. Höh, höh, höh. Jetzt gibt's hier auch viel Nuss. Es ist irgendwie viel cooler mit dem Schwert, ne? Wow, oh, schaffen wir es? Schaffen wir es? Nein. Oh, doch, haben wir. Wir haben es geschafft. Wir haben es gekriegt. Nice. Sehr geil. Okay, wir kriegen hier sogar gleich das Level Complete in einem Rare. Wir kriegen hier gleich sogar ein Rare freigeschaltet. Bevor wir aber gleich das Rare freischalten, werde ich erst nochmal ein kleines bisschen so spielen mit dem... Oh, guck mal, eine andere Map. Es ist eine andere Map, Leute. Okay, okay. So. Und jetzt erst raus. Let's go. So. Vorsichtig. Okay, die haben wir jetzt verpasst, leider. Aber ich will mit voller Energie gegen Donkey Kong kämpfen. Okay, es ist nicht Donkey Kong, aber es ist halt so ein Affe. Boom. Nice. Okay, der ist jetzt auch nicht so extrem weit geflogen. Da hinten ist auch ein Lucky Block. Habt ihr den gesehen? Da hinten ist einfach ein... Oh, der ist ja voll süß. Full Metal Collect. Haben wir den jetzt? Ja. Oh, der ist ja richtig knuffig. Das ist unser erster Rare, den wir freigeschaltet haben. Oh, okay. Könnten eigentlich mal ein Food freischalten. Komm, mach mal dat hier. Warte, ist das? Irgendwelche Pixel? Sind das Pixel? Ich weiß es nicht. Oh, wie sieht der denn aus? Oha. Mega cool. Ich glaube, das soll ein Pixel darstellen, oder? Oh. Was? Es ist einfach so ein Autobord geworden. Ha. Sind wir hier bei Dings? Transformers, oder was? Es ist einfach ein Autobord. Mega crazy. Oh, da vorne ist irgendwie ein böser Drache. Okay. Den Drachen hatten wir aber auch schon in der letzten Folge freigeschaltet. Boom. Oha. Wow. Okay, wir kommen fast bis zur Insel. Hätte das jemand gedacht? Also, ich hätte das nicht gedacht. Next Level. Okay. Wir sammeln erstmal diese ganzen Pixel ein. Ich nehme mal ganz stark an, dass es Pixel sind. Denke mal, weil Computer und sowas. Ne? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was das hier sein soll. Ich glaube, es ist ein Pixel. Oh, da ist nochmal Autobord. Boom. 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 Tschüss. Oh, schaffen wir es zur Insel? Wir haben fast, wir haben fast den Lucky Block gekriegt gerade. Vorsichtig. Rüber. Und jetzt gegen den... Gegen den bösen Haifisch. Okay. Dieses Mal sind wir nicht so weit gekommen. Hätten wir eben ein kleines bisschen früher oder ein kleines bisschen später erst sozusagen den zweiten Anhieb genommen, dann wären wir jetzt auch weitergekommen. Aber naja, vielleicht schaffen wir es gleich. Okay, aber wir kriegen kein Damage. Das ist schon mal eine saubere Sache. Und jetzt gegen Donkey Kong. Boom. Hoch mit dir. Ah, okay. Das Ding bremst uns aus. Oh, wir haben den nächsten freigeschaltet. Dark Wings? Das ist ein Baby? Das ist ein Baby. Warum ist das ein Baby? Hallo, kleines Baby. Na, wie geht's denn so? Hä, was zum Teufel? Wir spielen mit dem Baby. Äh, okay. Es ist irgendwie so eine... Oha, das ist irgendwie so eine Höllenfürstin. Was? Was ist hier drinne? Mach mal auf. Geld. Wow. 10 plus. Hä, wie krass. Es ist einfach so, erst so ein normales Baby und dann wird die zu so einer Höllenfürstin mit so Flügeln und sowas. Und wir kämpfen gegen den Drachen. Okay, nice game, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich bin derjenige, der hier gegen komische Drachen kämpft. Wuhu. Ab geht's. Okay. Aber ich muss sagen... Äh. Da kommt ja noch ein Baby. Ich würde sagen, mir gefällt bisher der Rare sogar mit am besten, Leute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr das Spiel hier auch spielt, welcher euer Lieblingscharacter ist, den wir jetzt hier schon freigeschaltet haben oder welchen man noch freischalten kann. Ja, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Äh. Finish him. Ja, komm, den 10er nehmen wir mit. Okay. Ich frage mich, geht es wirklich so brutal weit nach da hinten? Habt ihr das gesehen? Da gibt es ja so einen endlos weiten Weg nach hinten. Das ist viel zu weit. Und jetzt... Full Metal Alchemist. Mist. Okay, ich habe probiert, vielleicht drunter durchzufliegen, aber hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hier, der sieht ein bisschen aus wie Jimmy Neutron als Baby. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jetzt. Das war gerade schon rekordverdächtig, Leute. Boom. Ah. Ah. Ah, nicht so. Nicht so. Es wäre heute mega... Oh, es ist wirklich ein Baby. River Man. Dann gucken wir uns jetzt mal das Baby an. Okay. Wow. Junge. Was ist denn das hier? Let's go. Es ist einfach so ein... Was soll das sein? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es darstellen soll. Es ist einfach so ein Baby-Ass gewesen. Dann ist es so ein... Das ist ein Ork oder sowas in der Art? Keine Ahnung. Ich glaube, das soll so ein Ork oder so darstellen. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein Ork von Herr der Ringe. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt, oder? Das ist ein Ork. So, ich weiß nicht, wenn ich hier zu groß werde, zu schnell, dann kann ich ja nicht hier alle Pixel einsammeln. Aber ich glaube, ich habe doch alle Pixel eingesammelt. Doch. Aber man ist nicht komplett voll hier an der Seite. Deswegen verstehe ich das nicht. Warum schaffe ich nicht volle Stärke? Mist! Nein! Oh, ich will unbedingt zur Insel. Sie ist so weit, aber doch so nah. Was wird das hier gleich? Irgend so ein grünes Ding. Vielleicht schaffen wir es dann easy bis zur... Bis zur Dingenskirchen da, bis zur Insel. Ja, aber wir sind trotzdem wieder nicht ganz voll. Obwohl ich alles eingesammelt habe, was geht. So, die Pflanze, die können wir erstmal richtig... wegboxen. Oh, das wird ein Ding. Das wird's. Das wird's. Das wird's. Das wird's. Wir haben's. Wir haben's. Tree Man. Wir haben ihn freigeschaltet. Yeah. Ole. 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 Hä? Wie geil. Geil. Oh, wir haben einfach Groot oder hier heißt er Tree Man. Wir haben einfach Tree Man freigeschaltet. Alter, das ist übelst die krasse Folge heute. Junge. Das ist... Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier Groot... ...sozusagen erwachsen werden lassen. Er wird zu großen Groot und dann... Boah, was denn das? Mal rauf. Gib uns das Geld. Aua. Alter, stark. Wow. Das war nicht so stark. Also, das war gerade wirklich ultra schlecht, um ganz ehrlich zu sein. Aber... Aber... Na... Autschie. Oh, wir haben noch einen freigeschalten. Alien. Uh. Subject 17. Okay. Wir haben das Spiel ja schon fast durchgezockt. Uns fehlt jetzt nur noch einer. Das machen wir heute noch. Hier können wir auch nur freischalten, wenn wir sozusagen mit auf die Insel kommen. Und das hier... Keine Ahnung, was ich dafür brauche. Aber ansonsten... Es fehlt nur noch der... Ne, wir haben alle. Das hier geht nur, wenn ich Werbung gucke. Der hier weiß ich nicht, was damit ist. Und das hier nur auf der zweiten Insel. Also, das wäre dann sozusagen der letzte, der uns fehlt bei der zweiten Insel. Aber ansonsten haben wir fast alle, die es gibt. Wir haben das Spiel einfach fast durchgezockt schon. Ja. Ja, okay. Ich hoffe, dass es hier wirklich mal irgendwann ein Update gibt. Dass das ein bisschen cooler wird hier, das Ganze. Weil ich finde das Game an sich ganz cool. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Game findet. Und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal einen Part. Oh, da ist die zweite Insel. Wahrscheinlich kommt man der erste nur mit Level 100 oder sowas hin. Oh, Level komplett. Wir kriegen dann den Pilz. Wir kriegen dann bald den Pilz. Joga, wir haben dieses Spiel fast durchgezockt. He he. He, wie cool. Yeah, Groot. Gib mir der Dance. Alter, wir haben einfach auch die Pilze schon freigeschaltet. Mushrooms. Wir haben volle Power. Volle Power. Wir lassen uns jetzt keine Power nehmen. Ja. Okay. Volle. Was? Hey. Ich hatte volle Power. Warum? Warum? Hä, warum? Ihr habt es gesehen. Warum kam da auf einmal nochmal ein Ding raus? Dafür kann ich jetzt aber nichts, Leute. Dafür kann ich jetzt aber nichts. Weil hier haben wir den Werwolf freigeschaltet. Das ist das nächste Monstrum, was wir haben. Gibt es mehr? Oder war das der letzte? Das war der letzte. Wir haben hier bei den normalen, haben wir einfach alle schon freigeschaltet. Wir haben heute, in der heutigen Folge, Leute, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 freigeschaltet. Und jetzt kommt eigentlich Nummer 7. Aber ich weiß nicht, wie ich mir den kaufen kann. Ja, endlich. Boah, das hat so lange gedauert, Leute. Collect. Okay. Wenn der jetzt nicht brutal stark ist, Leute. Ey, ich weiß auch nicht. Gibt es jetzt noch irgendein Monster, was wir noch nicht freigeschaltet haben? Es gibt... Die da sind noch am freischalten. Oh mein Gott. Die sind noch am freischalten. Auf jeden Fall haben wir jetzt das da. Und das habe ich gesagt, dass wir das heute noch freischalten. Und das da ist jetzt in progress. Ich habe zusätzlich auch noch eben das Food hier freigeschaltet. Also ist das das Maximum eigentlich, was hier gerade geht. Es gibt halt noch ein einziges... Lol. Es gibt hier halt noch ein einziges Monster, was sozusagen... Alter, der sieht so krass aus. Was jetzt sozusagen noch freigeschaltet werden muss. Aber ich glaube, das machen wir dann heute nicht mehr. Das dauert viel zu lange. Oh mein Gott. Was? Wie stark ist der bitte? Alter. Junge, der ist ultra sick. Der ist ja mal ultra stark. Junge. Okay. Okay, krass. Krass. Der ist richtig, richtig stark. Holy moly capoli. Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Und wir machen jetzt noch den letzten, okay? Es fehlt nicht mehr viel. Ich habe jetzt eben noch ein bisschen gespielt. Es fehlt nicht mehr viel. Und dann haben wir auch den noch freigeschaltet. Und ich will wissen, ob man mit dem wenigstens bis zu dieser Insel kommt. Und das würde mich mal interessieren. Also hiermit kommen wir auf jeden Fall schon mal brutal weit. Also wir kommen fast bis zur Insel da vorne hin. Aber noch nicht ganz. So. Und es fehlt jetzt nur noch einmal das. Und dann haben wir den hier sozusagen freigeschaltet. Das ist dann der letzte Rare, bevor wir zur Insel müssen. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch einen, der da irgendwie versteckt ist. Ich habe jetzt heute zum 100. Mal gesagt, das ist, glaube ich, der letzte. Aber ich glaube, danach haben wir das Spiel auch dann so weitestgehend durch. Würde ich mal behaupten. So. Den 20er. Boom. Ich glaube, wir haben es gleich sogar wirklich schon so weitestgehend durch. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Was ist das? Horns. Was ist das? Ich dachte schon, bei dieser Pflanze, was soll das sein? Okay. Das wird bestimmt jetzt irgendwie der Teufel oder sowas. Oder Satan himself wird es hier werden. Wir haben alle. Wir haben alle. Wir haben alle. Bis auf diesen. Und ich weiß nicht, ob wir den bekommen, wenn wir Horns sozusagen benutzen. Weil das ist ja jetzt im Endeffekt der... Alter, was ist das? Gott ist der hässlich. Okay. Okay. Horns ist jetzt sozusagen der... Warum? Warum habe ich Damage bekommen? Horns ist sozusagen der letzte, der uns hier fehlt. Bitte sei stark. Bitte sei richtig stark. Oh mein Gott. Er ist es. Er ist es. Horns ist der stärkste. Es ist der stärkste bisher. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Kommen wir auf die Insel? Wir sind... Wir sind über die Insel geflogen. Wir sind einfach über die Insel geflogen. Wir haben ihn nicht freigeschaltet. Wir sind über die Insel geflogen. WTF? Okay. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wir sind zu krass. Wir sind zu krass. Wir sind zu krass. Wir sind einfach zu stark. Okay. Weniger... Weniger Kraft. Ja. 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 Iron Man. Man of Iron. Ja. Wir haben ihn. Oh, Jesus Christ. Wie viele Versuche habe ich denn jetzt gebraucht? Junge. Wie stark ist Iron Man? Bring uns jetzt ans Ziel. Wenn das jetzt das Ende von dem Game hier ist, Leute. Junge. Es ist einfach Iron Man. Jetzt sind wir Iron Man Bob. Und wir wissen ja, Iron Man Bob ist brutal stark. Mist. Mist, 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 Mist. Mist. Ich glaube, wir könnten es schaffen. Ich glaube, wir könnten es schaffen. Okay. Wir sind volle Power. Ja. 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 Oh mein Gott. Wir haben das Spiel durchgespielt. Wir haben es durchgespielt. Ja. 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 Hä? Da passiert ja gar nichts. Das Ding geht einfach kaputt. Wir haben es doch berührt. Hä? Okay. Nein. Das ist verbargt. Es ist verbargt. Wir haben das Spiel durchgespielt, Leute. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Weil wir haben... Wir können auch nichts mehr freischalten. Wir haben einfach alles, was wir freischalten sollten. Leute. Das war das Game. Wir haben es durchgespielt. Geil. Sehr nice. High Five an euch, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Hau da rein. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mal, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Hashtag Monster in die Kommentare. Oder schreibt nur Monster in die Kommentare. Nur Monster. Okay? Schreibt Monster in die Kommentare. Wir sehen uns. Hau da rein, Leute. Bis.